Musik Hey Leute, was geht? Hier ist Ricky Geck und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In meinem heutigen Video werde ich euch die Scharfschützegewehre bzw. die Sniper vorstellen, die in Call of Duty Ghosts sein werden. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich beim Abonnenten bedanken, der ein wahnsinns Waffenissen hat. Und ja, ohne den hätte ich das bei weitem nicht so detailliert machen können, wie ich es jetzt gemacht habe, weil es wirklich schwer ist, über solche Waffen etwas im Internet herauszufinden. Also nochmal vielen Dank an dich. So, die erste Waffe ist die L-115 und die stammt aus der UK und wurde dann 1996 entwickelt. In der Beschreibung steht, dass sie eine Bullet-Action-Sniper ist, also eine Sniper mit Kammerverschluss und dass sie tödlich ist, also einen One-Shot macht in dem Gebiet über dem Oberschenkel. Außerdem hat sie einen eingebauten ballistischen Prozessor, der bis zu den ersten 4 Kills hilft. Also wenn man 4 Kills gemacht hat, hilft der nicht mehr. Ist eine ziemlich lustige Idee, dass die Waffe quasi bis zu den ersten 4 Kills stärker ist und danach etwas schwächer wird. Ich finde es jetzt nicht wirklich realistisch. Also, ja, in echt ist es ja jetzt nicht, wenn man 4 Leute gekillt hat, dass die Waffe dann schlechter wird. Aber, ja, ist auf jeden Fall eine lustige Idee und sollte die dann etwas balancierter machen. Also nicht ganz so stark, wie wenn es jetzt nicht mit dieser 4-Kill-Begrenzung wäre. Was ich übrigens nochmal kurz anmerken sollte, sie ist verwandt mit der L-118A. Ähm, das sieht man ja schon am Aussehen und eigentlich auch am Namen. Ähm, also die wird sich wahrscheinlich relativ ähnlich anfühlen wie die L-118A in MB3. Also sonst habe ich noch herausgefunden, dass sie eine Magazingröße von 5 Schuss hat. Also, ähm, ja, wie die L-118A auch und wie auch die meisten Bolt-Action-Sniper. Ich muss sagen, dass ich glaube, dass sie ziemlich stark ist, weil sie einen ziemlich hohen Schaden hat. Und das haben auch Leute gesagt, die mit der schon gespielt haben. Weil bei den Multiplayer-Reveals, da konnte man mit der spielen. Also da waren ja wenig Waffen, die man spielen konnte. Aber mit dieser Waffe konnte man spielen. Und, ähm, also sie hat einen ziemlich hohen Schaden, wenn man überlegt, dass sie vom Oberschenkel überhalb, also höher als die DSR-50. Und die DSR-15 galt ja schon immer als eine Waffe mit, ähm, hohen Schaden. Und, ähm, ja, außerdem ist sie noch schneller im Visier als die DSR-50. Das sieht zumindest so aus und das haben auch Leute bestätigt, die mit ihr gespielt haben. Ähm, also sie ist ungefähr so schnell im Visier wie die MSR, früher in MB3-Zeiten, ohne, äh, den Schnellzielgriff. Also auch relativ schnell eigentlich. So, als nächste Waffe haben wir eine ziemlich spielversprechende Waffe, und zwar die USR. Und das Besondere an ihr ist, dass sie von Remington hergestellt wurde. Und, ähm, warum erwähne ich das jetzt extra? Also ihr kennt wahrscheinlich Remington, die haben ziemlich viele Waffen hergestellt. Unter anderem die ACR, äh, die Shotgun in MB3, die Pump-Action-Shotgun da. Und, ähm, das Besondere ist, dass sie auch die MSR in MB3 hergestellt haben. Also, ähm, die populärste Sniper in MB3. So, was ich noch kurz anmerken wollte, hier auf dem Bild sieht es so aus, als ob die keinen Scope hätte. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob das einfach nur so schlecht aussieht. Ist ja auch eine schlechte Bildqualität. Oder ob das irgendein Fehler ist oder so. Auf jeden Fall, in echt hat sie einen Scope. Also, es ist jetzt nicht so eine Ballista mit Ironside und die man gar, wo man gar kein Visier quasi draufpacken kann. Also, sie hat in echt schon ein ganz normales Sniper-Visier. So, in der Beschreibung steht, dass sie eine Bullet-Action-Sniper ist und dass sie tödlich von der Hüfte, beziehungsweise der Teil hier ab ist, also der Gürtellinie quasi. Und dass sie ein sehr schnelles Handling hat. Außerdem hat sie ebenfalls einen eingebauten Ballistischen Prozessor, der bis zu den ersten vier Kills wirkt. So, das ist ebenfalls wieder relativ ähnlich bei der MSR, weil wenn wir uns nochmal zurückdenken, die MSR hatte einen etwas niedrigeren Schaden als die R118. Aber dafür war sie halt etwas schneller im Visier. Und, ähm, ja, sie ist ja hier nur tödlich von der Gürtellinie ab und die andere Waffe war ja vom Oberschenkel ab. Also, da ist quasi ein bisschen niedrigerer Schaden, aber jetzt nicht ein Riesenunterschied. Also, jetzt nicht so ein großer Unterschied wie zwischen der Ballista und der DSR-50 in Black Ops 2, aber, ähm, schon ein geringer Unterschied. Und außerdem spielt ja hier Faster-Handling, also schnellere Bewegung. Und, ähm, ja, deshalb denke ich, dass sie etwas schneller ins Visier geht. Allerdings kann ich das natürlich nicht hundertprozentig sagen, weil auch noch niemand, äh, so niemand Öffentliche mit dieser Waffe spielen konnte. So, als nächste Waffe haben wir die Lynx, auch bekannt, ist halt in meinem Gepard, GM6 Lynx. Ähm, die stammt aus Ungarn und wurde dann 1990 entwickelt. Und bei dieser Waffe ist leider keine Beschreibung, aber ich habe halt wie bei allen Waffen etwas recherchiert. Und, äh, da habe ich herausgefunden, dass sie semi-automatisch ist, also keinen Kammerverschluss hat, also dass man die quasi direkt hintereinander wieder erschießen kann. Und eine Magazingröße von 5 Schuss hat. Das mag jetzt nicht besonders viel klingen bei einer semi-automatischen Waffe 5 Schuss. Aber wenn wir nochmal zurück an MW3 denken, also der Vergleich mit MW3 kommt ganz häufig, weil das Spiel ähnlich wie MW3 sein wird, weil es ja auch von dem selben Entwicklern ist und so. Da denken wir mal zurück an die AS-50O. Die war ja auch semi-automatisch. Hatte 5 Schuss und dafür bei diesen 5 Schuss einen ziemlich hohen Schaden. Und, ähm, man konnte sie aber halt auch nicht so richtig schnell schießen. Also ich denke, dass sie ähnlich wie die AS-50 in MW3 wird. Und, äh, die war ja auch eigentlich bei vielen Leuten ziemlich beliebt. So, als nächste Waffe haben wir die interessanteste und auch mit Abstand am schwersten zu identifizierende Waffe. Und zwar ist das die VKS. Also zumindest heißt sie so in Call of Duty, warum ich das jetzt hier nochmal besonders erwähne. Äh, da kommen wir gleich zu. Also leider kann man auf dem Bild kaum was erkennen, weil man es nur ganz kurz im Trailer gesehen hat. Ganz klein. Und es ist auch keine Beschreibung vorhanden. Aber, ähm, was einem schon auffällt, ist, dass sie einen ziemlich langen Lauf hat. Und einen ziemlich dunklen Lauf. Also der sieht aus, als passt er nicht wirklich zu der Sniper, finde ich. Und, ähm, ja, sieht so ein bisschen angeschraubt raus. Und wenn man bei dieser Waffe nach dem Aussehen geht, dann würde die der VSSK sehr ähnlich sehen, die in Russland hergestellt wurde. Und ich frag euch mal von der VSSK in echt ein Bild in die Beschreibung. Und ihr werdet sehen, dass sie sich ziemlich ähnlich aussehen. Also der komplette hintere Teil ist eigentlich fast identisch. Und die VSSK ist auch eine Waffe mit einem eingebauten Schalldämpfer, was ja auch zu ihr passen würde. Weil sie sieht ja ziemlich danach aus. Und wir haben ja die Information gekommen, dass eine Sniper in Call of Duty Ghost einen eingebauten Schalldämpfer haben wird. Und da ist sie eigentlich die vielversprechende Kandidatin. Aber das einzige Problem ist nur, dass die VSSK halt eine Bolt-Action-Sniper ist. Und, äh, man hat die VKS kurz im Trailer gesehen. Und da hatte sie ja ein Magazin mit 14 Schuss noch. Und, äh, der Typ hat es schon geschossen. Also mehr als 14 Schuss werden es gewesen sein. Und man konnte auch nicht wirklich erkennen, dass es eine Bolt-Action-Sniper ist. Und deshalb käme da ebenfalls noch die VSSK-94 in Frage, die ebenfalls aus Russland kommende 1994 hergestellt wurde. Und diese Waffe hat auch einen eingebauten Schalldämpfer. Also das würde auch passen. Und die VSSK-94 ist halt semi-automatisch. Also das würde auch besser klappen. Und, äh, sonst kann ich noch zu ihr sagen, dass sie extrem leise ist. Also dieser eingebauten Schalldämpfer wirkt wirklich ziemlich gut. Man hört die kaum. Und, äh, sie hat eine Magazingröße von 20 Schuss. Was auch passen würde, wenn man da noch gesehen hat, dass 14 Schuss drinnen sind. Also das würde auch passen. Und deshalb denke ich, dass die VKS, ich weiß nicht, warum die die VKS nennen und nicht VSK oder so. Und deshalb denke ich, dass die VKS in Call of Duty Ghost aussehen wird wie die VSSK, aber sich verhalten wird wie die VSK-94. Also ich hoffe, ihr konntet mir da so ein bisschen folgen. Warum ich das denke, ist halt erstens wegen dem großen Magazin. Zweitens, weil man den Kammerverschluss sich umgesehen hat. Und im dritten, weil ich mir eine automatisch schallgedämpfte Bolt-Action-Sniper in Call of Duty Ghost nicht wirklich gut vorstellen kann. Das ist jetzt natürlich totale Spekulation. Aber ich könnte mir viel besser eine semi-automatische Sniper vorstellen, die einen eingebauten Schalldämpfer hat, als eine Bolt-Action-Sniper. Es ist einfach so mein Gefühl, wie es bisher in Call of Duty war und wie es da reinpassen würde. Und der vierte Punkt ist eigentlich der überzeugendste. Und zwar denke ich mir, dass die Entwickler von Call of Duty niemals eine Bolt-Action-Sniper einbringen würde, die 15 Schuss hat und einen eingebauten Schalldämpfer. Also bisher war, glaube ich, die Ballista die Bolt-Action-Sniper mit dem größten Magazin. Und die hatte ja ein Magazin von 7 Schuss. Also da liegen wirklich Welten zwischen. Und ja, deshalb denke ich, dass es so sein wird, dass sie halt aussieht wie die VSK, aber sich verhalten wird wie die VSK-94. Warum Call of Duty das jetzt so gemacht hat und warum die dich einfach aussehen lassen wie die VSK-94? Vielleicht war es irgendein Kommunikationsfehler, dass quasi die Grafiker die VSK gemacht haben und die Programmierer die VSK-94 programmiert haben. Das kann sein, weil diese Waffen nicht wirklich bekannt sind. Die kann man schnell durcheinander werfen, obwohl ich das ziemlich peinlich fände. Naja, wir werden sehen. Und schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das für eine Sniper ist. Und ihr könnt mir auch ruhig schreiben, welche Sniper ihr auf vielversprechend sind fandet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, werde ich mich immer sehr über einen nach oben freuen. Und das war's für heute. Haut rein, Leute!